Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid The Twinsnakes. Ja, das letzte Mal sind wir geflüchtet vor Liquid, der in einem Heinz sitzt und uns verfolgt. Dann sind wir hier in diesem Kommunikationsturm geflüchtet, in den zweiten. Es gibt ja zwei, A und B und den A waren wir ja schon, da sind wir ja ganz hochgelaufen, oder? Ihr könnt euch daran erinnern. Und jetzt müssen wir irgendwas gegen den Heli unternehmen, aber wenn ich mich richtig erinnere, haben wir etwas aufgesammelt. Da ist es, die Stinger-Rakete. Die sehr gut ist, beziehungsweise sehr gut geeignet für Helis. Jetzt müssen wir irgendwie nur noch gucken, ob wir ihn irgendwie in einem guten Ort finden, um ihn auszuschalten. Auf jeden Fall geht es hier erstmal wieder runter. Moment mal, war da oben nicht noch was? Ich laufe nochmal zurück. Ich muss mich da jetzt auch erstmal wieder reinfinden. Es ist auch mal wieder ein bisschen her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Ihr habt es ja echt gut. Bei euch ist es meistens nur Tag her oder ein paar Sekunden, je nachdem man euch dieses Video anguckt. Und okay, hier geht es nicht weiter, aber hier ist ein Aufzug. Drücken wir nochmal. Okay, irgendwie scheint der kaputt zu sein. Das ist schade, weil der würde uns... Ja, wir müssen ja eigentlich nach oben. Weil so haben wir die beste Chance, es irgendwie mit dem Heli aufzunehmen. Äh, vielleicht kann uns ja Otacon dabei helfen. Ich meine, wir müssten dann auch anrufen, dann. Otacon? Na toll. Der war nicht wirklich eine Hilfe. Ich ruf nochmal an. Okay, das bringt uns also nix. Dann laufe ich einfach mal den anderen Weg. Soweit es geht. Weil irgendwie müssen wir hier weiterkommen. Also der Aufzug ist auf jeden Fall kaputt. Die Treppe ist versperrt durch irgendwelche Kisten. Dass er da nicht einfach rüberklettern kann, ist auch ein Wunder. Oh. Okay, ich kann nicht hoch, ich kann nicht runter. Ich sitze hier erstmal fest. Mist. Was mache ich denn da? Dann laufe ich erstmal wieder nach oben zum Fahrstuhl. Also da unten geht es auf jeden Fall nicht mehr lang. So viel ist ja schon mal klar. Ah. Don't shoot! It's me, don't shoot! It's me, Snake. Otacon, how'd you get here? Well, it wasn't as dramatic as your entrance, believe me. I'm afraid of heights. You were watching? Yeah, I was watching. I was riding in the back of their truck, thanks to the stealth camouflage. How did you get up here? The elevator, of course. The first floor of the circular staircase was destroyed. That's why I took the elevator. The elevator was working? Yeah, that's right. You're incredible. Like a movie hero or something. No, you're wrong. In the movies, the hero always saves the girl. You mean Meryl? Sorry. Forget I said anything. Snake, there's something I've really got to ask you. It's why I followed you up this far. Have you ever loved someone? That's what you came to ask? No, I mean, I was wondering if even soldiers fall in love. What are you trying to say? Do you think love can bloom, even on a battlefield? Yeah, I do. I think at any time, any place, people can fall in love with each other. But if you love someone, you have to be able to protect them. I think so, too. I have a favor to ask. Uh-oh. Don't worry. It'll be easy. Um, I told you before, I won't hurt anyone. I don't want you to. The elevator has stopped down there. I want you to get it to move. You see? That's weird. It was working before, but now it isn't. Maybe the panel's broken. Can you fix it? It was working before. If it's the mechanism, leave it to me. I've got to go and swat a noisy fly. Okay. I'll stay here and hold the fort. Good luck. You really look like hell. Are you okay? Don't worry. If I do this, it doesn't matter. I just pretend like I'm not here. Then I'm not scared. Strange logic. I'm counting on you. Ja, und wie durch wundersame Weise sind die Kisten hier plötzlich gestapelt und wir kommen vorbei. Okay, komisch. Aber egal. Ja. Otacon ist hier. Der hilft uns jetzt, den Aufzug in Gang zu setzen. Weil wir... Genau. Wir müssen nämlich eigentlich nach unten. Um weiterzukommen. Und nach oben. Nur um den Heli auszuschalten. Um uns um den Heli zu kümmern. Äh, hier müssen wir jetzt allerdings aufpassen. Da, da seht ihr schon. Denn in diesem Turm sind halt Kameras, die auf uns ballern. Die mich auch schon gesehen hat. Der Scheiße. Geht doch kaputt. Hallo. Gibt's da nicht. Geht kaputt. Gut. Okay. Die hätten wir. Ich meine, die würde aber nur bei jedem neuen Stockwerk hängen. Das heißt jetzt quasi genau, ein Stockwerk über der hängt die nächste. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr genau sicher. Deswegen gucke ich immer. Ja, da ist auch keine. Und das war halt bei dem Metal Gear Solid 1 Original für die PS1 war das halt das Problem. Weil ihr diese Ego-Perspektive nicht hattet. Und ihr konntet deswegen diese Kameras so nicht zerstören. Man muss dann entweder mit Dübelgranaten da durch die ganze Zeit. Oder ihr nehmt die Stinger. Rakete. Weil das ist die einzige Waffe, wo er dann automatisch in die Ego-Perspektive geht. Und man könnte die so anvisieren. Aber dann verschwenden die halt Raketen ohne Ende. Die können natürlich auch einfach versuchen durchzulaufen. Aber hier ist das ja alles etwas einfacher. Ja, und in jedem Stockwerk hängen mehr von denen, wie ihr seht. Aber das ist ja kein Problem. Oder anscheinend doch, weil ich die Dinger hier nicht treffe. So, geht doch. Und noch eine. Alles klar. Okay. Die hätten wir auch. So, ich weiß nicht, ob jetzt noch welche kommen. Aber es kann sein. Ich bin mir nur halt nicht sicher. So, jetzt müsste theoretisch wieder welche kommen. Ja. Vier Stück. Kein Problem. Nummer eins. Nummer... Nummer... Zwei. Nummer drei. Und schlussendlich... Nummer... Vier. Okay. Sehr gut. So, ich hoffe, das müsste jetzt gewesen sein. Ich meine, da kommt ja auch nichts mehr, oder? Ich weiß es nicht. Wir müssen uns überraschen lassen. Der Turm ist auf jeden Fall wieder ähnlich hoch wie der andere. Und nee, da ist nichts mehr. Sehr gut. Da ist nämlich auch schon der Ausgang. Beziehungsweise der Aufstieg zum... äh... zum Dach. Aber ich gucke jetzt erstmal, ob hier noch Sachen rumliegen. Wie Stinger Bullet, die ich natürlich gut gebrauchen kann. Oder auch die Aktion. Alles klar. Ja, dann sind wir ja gut gewappnet. Dann würde ich sagen, gehen wir noch schnell die Leiter hoch. So. Und dann werden wir mal sehen, ob wir es mit dem Hind aufnehmen können. Ich nehm schon mal die Stinger. Man kann die ja leider nur nicht ausgerüstet lassen, weil er halt automatisch dann in die Ego-Perspektive geht. Deswegen immer schön wegstecken. So, die Stinger sind endlich aus seinem Haus. Sind Sie jetzt bereit, mein Bruder? Warum nimmst du mich Bruder? Wer in der Hölle bist du? Ich bin dich. Ich bin dein Schad. Was? Schaue den Vater, den du töten hast. Ich sende dich in der Hölle, um ihn zu treffen. Das wollen wir erst mal sehen. Okay. Oben auf dem Radar sieht man diesen Punkt, der uns immer anzeigt, wo er sich ungefähr befindet. Und da können wir ihn auch anvisieren. Allerdings sind hier diese ganzen Gebäude im Weg. Aber so könnte ich ihn, glaube ich, treffen. Bam. Erwischt. Sehr gut. Dann ist er für kurz Zeit auch nicht erfassbar, wie ihr seht. Aber irgendwann geht es dann wieder so wie jetzt. Und dann können wir auf den Ballern. Das ist eigentlich ein recht simpler Kampf. Er kann auch so ein paar Attacken bzw. manche Feuerern so Raketenselven ab, das wir bestimmt auch noch sehen, was uns dann ein bisschen mehr abzieht. Aber egal. Bam. Gut, getroffen. Das Problem ist hier, wenn ich jetzt gerade spiele, weil mein Bild ist es so dunkel, weil das Signal von dem Bild wird halt aufgeteilt. So einmal, dass ich es auf dem Fernseher sehen kann und einmal, dass es auf dem PC übertragen wird. Und dadurch wird mein Bild hier unfassbar dunkel, was mir ein bisschen nervt. Und weswegen ich den Heli eigentlich nur dadurch erkennen kann, wenn er anvisiert ist. Ja. Und das ist diese Rakete. Und ich weiß nicht, ob sie mich hier treffen kann. Boah. Gut. Gut, dass sie mich nicht erwischt hat. Hier bin ich. Bam. Wo ist er? Da. Er kommt aus seinem Loch gekrochen. Ja, aber wer ist Liquid jetzt wirklich? Warum nennt er so mal Bruder? Und er meint, er ist unser Schatten. Er ist ich. Und sie sehen sich ja auch relativ, relativ ähnlich. Aber es sind alles nur Spekulationen. Bam. Also er hat auf jeden Fall, er fehlt schon über die Hälfte weg. Der Kampf dürfte, glaube ich, schnell zu Ende sein. Boom. Okay. Wir haben zwar nicht viel Energie, aber wir haben da einiges an Ration. Das heißt, wir dürfen den Kampf eigentlich ohne Problem überstehen. Wir haben auch noch genug Muni, da ich ja auch gerade eben was aufgesammelt habe. Okay, er schwächelt schon. Das ist gut. Okay, ich verfolge ihn einfach mal per Stinger Zielanzeige. Ich frage mich zwar, wie er unter uns durchfliegen kann, weil da ist ja der Turm. Aber ich schätze mal, das ist einfach so eine Perspektivenfrage. Wir haben ihm gesagt, wir haben kaum noch Leben. Aber er auch nicht. Stirb. Habe ich ihn? Boah, naja, er hat noch ganz wenig. Das heißt, jetzt der letzte Schuss. Stirb. Wir haben ihn, glaube ich. Oder auch nicht. Schnell weg hier. Boah. Woher gehst du? Alter, Vater. Verdammt! Möchtest du das! Jetzt! Komm, komm! Don't lie! Snaaaaaaaake! Wir sehen uns in hell, Liquid. That takes care of the cremation. Snake! The elevator's working! You fixed it? No, that's the weird thing. It just moved by itself. It's headed your way now. Is that so? Okay. That explosion before, what was it? Oh, I had to take out that helicopter. Helicopter? That's incredible, Snake! Listen, I just want to make sure again. This is the way to get to where Metal Gear is being stored. Yeah. The entrance to the underground maintenance base is towards the back of the snowfield ahead. Okay. Find a safe place to hide out for a while. I'm going underground. I know, I know. You don't have to tell me. And stay out of my way. Don't try to be a hero or anything. Okay. Call me if you need to. What's your name. Okay. Yeah, das mit dem Hedy hat doch ganz gut geklappt. Den sind wir los. Und Liquid wahrscheinlich auch, wie es gerade aussah. Wie Snake auch so schön gesagt hat, damit wär die Einäscherung erledigt. Okay. Der aufzug ist jetzt plötzlich wieder unterwegs zu uns. und der führt uns dann auf den richtigen Weg zum Lager, wo Metal Gear steht. Und bevor wir da hinkommen, muss ich aber erstmal wieder einen Cut machen und würde sagen, das war es erstmal für Let's Play Metal Gear Solid The Twin Snakes und im nächsten Teil geht es dann weiter. Deswegen würde ich sagen, das war es und bis dann. Ciao!